So, dann hast du die Möglichkeit beim Liegen ein wenig Bewegungen zu machen. Das eine ist, wenn du die Beine aufeinander hast, das oberen abspreizen. Das ist auch sehr gut für ein ganzes Haar wieder und für die Hüfte, für die Leisten. Du kannst das Bein strecken und seitwärts hoch. Du kannst es von hinten gegen vorne. Und du kannst Kreise machen, gegen hinten oder vorwärts. Ganz wie du willst. Hauptsache, du bewegst dich ein wenig. Und das kannst du machen im Prinzip auch wieder 3x15. Du kannst das aber auch für eine Minute machen. Du kannst es einfach auch so lange machen, bis du erschöpft bist. Und dann die Zeiten wechseln.